Rüber da! Warte mal, 10 Erfahrungstranke, die reichen locker aus für, ihr wisst es selber, für 6 Level und damit kann ich mir, Sekunde, Sekunde, Sekunde und, nein, es reicht doch nicht aus, Moment mal, ich dachte immer, es wird locker ausreichen, okay, das war schon mal ein nice Troll an mich, der ging gerade gut nach hinten los, verdammt, verdammt, Leute, was mach ich jetzt, was mach, oh, Gomme portet sich da erstmal, ich hätte, auch gerne eine Perle gehabt, wo mich da rüber gegangen wäre, haben wir hier, ich weiß nicht, ob wir einen Nachbarn haben, ist er hier gerade nicht zu Hause oder haben wir vielleicht hier eine unberührte Insel, das sieht alles so ruhig da aus, ich sehe gar keinen Namen, so Leute, rein hier, doch, hier war schon mal jemand und da oben, da ist auch jemand, nein, warum kann ich das nicht einfach anzünden, so, Kollege, was macht er denn, er steht da einfach nur rum, er steht da nur rum, wartet mal, ich kann hier alles reinpacken, Rückstoß, jawohl, jetzt habe ich schon mal das Schwert, was ich eben mir sonst gemacht hätte, nice, jetzt fehlt er nur noch, ein Diamant, und dann können wir uns einen Diamantenbrustpanzer machen, aber, oh, warte mal, ich habe da bei der Nachbarinsel einen Diamantenblock entdeckt, der dürfte bei uns auch hier an der Stelle so sein, aber das ist natürlich gefährlich, aber ich baue mich mal ungefähr, das dürfte hier so sein, das dürfte hier so sein, in etwa, wartet mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich sehe ihn aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht, oh, nee, hier ist kein Diamantenblock, ich sehe es ein, aber der muss doch hier auch eigentlich sein, ich brauche doch nur ein Diamant, da, okay, ein Diamant, ganz vorsichtig, als ob es, nein, oh Gott, da wäre er beinahe runtergeflogen, auch nur beinahe, so, und weiter geht's, schnell wieder rein, jetzt haben wir nämlich auch genug Level, also, sieben Level zum Verzaubern vom Diamantenbrustpanzer, das sollte auf jeden Fall klar gehen, da haben wir genug, oh, nee, hier, Schutz, wenigstens das, das ist schon mal schön, dass es geklappt hat, jetzt können wir wieder hier runtergehen, so, oh, und da vorne bauen die sich, der eine baut sich, baut er sich zu uns, nee, der baut sich einfach hoch, okay, dann baue ich mir mal eben eine Angel, damit wir das auch mal haben, weil wenn er sich schon hochbaut, dann vermute ich mal, müssen wir den da irgendwie nachher runterangeln und dann ist es ganz gut, wenn ich die Angel schon mal habe, damit er nicht sieht, dass ich eine habe, so, und ich kann eigentlich mein Inventar ein wenig aufräumen, die ganzen Sachen brauche ich nicht, hier, 63 Werkbänke, die brauche ich auf jeden Fall, die nehme ich mit, ähm, 32 Ambos, natürlich, natürlich, warte mal, oh, ein MLG-Spieler hier am Start, und er hat gezündet, ich stelle mich einfach ihm in den Weg, oh, da ist er vorbeigeflogen, GG, und da baut sich der Nachbar rüber, Mensch, normalerweise muss man sich für solche Inselabstände hier gar nicht hochbauen, um einen erfolgreichen MLG zu machen, aber den hätte er eh nicht überlebt, er war, er ist ja direkt mit dem Schwert auf mich losgegangen und hatte gar keine Spinnenblöcke, zum Beispiel Spinnenweben im Inventar, was ja schon mal so viel bedeutet wie, ja, er wäre ja sowas von durch Fallschaden gestorben. Oh, ne, bam, boots, so, ich habe eine viel bessere Rüstung, ich weiß ja nicht, was er da vorhat, Oh, er hat sich gut gerettet, das ist ja ein guter Trick eigentlich. Das ist ja eigentlich ein sehr guter Trick, nein, und er bekommt uns auch noch, heftig. Das war ja ein tolles Finale gerade eben, das war aber wenigstens schon ein Finale. Wir spielen jetzt auf Pirate, und das mit einem Spieler, mit einem Teamspieler. Okay, ich hoffe mal, dass wir lange überleben werden, eine Enderperle habe ich schon mal. Wir haben natürlich jetzt Zweierteams vor uns, ob wir das hier reißen, im Team, auf jeden Fall können wir das schaffen. Alleine wird es natürlich schon schwieriger. Tja, jetzt fehlen mir so ein bisschen die Diamanten, aber wir haben ja überall welche. Dann werde ich mir erst einmal eine kleine Eisenspitze bauen, und dann im nächsten Moment, wisst ihr selber, ein Diamantenschwert. Das ist doch, finde ich, das Mindeste, was ich hier brauche. Okay, ich habe eigentlich schon genug für ein Schwert. Das geht klar. So. Gucken wir mal, die Gegner sind noch zu Hause bei sich. Die bauen sich da gerade so ein bisschen in die Mitte. Den Weg können wir vielleicht nutzen. Wir müssen mal ein wenig kommunizieren hier mit unserem Nexel. Nexel... ...wollen wir zur rechten Insel. Die bauen... Hat er mich in Spinnenweben eingebaut? Die bauen sich in die Mitte. Hat er nicht gemacht. Okay. Dann mal los hier. Gemeinsam sind wir stark. Er ist hinter mir, das ist gut. Wir sind auch gleich da. Er hat uns noch nicht bemerkt. Er hat uns noch nicht bemerkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte mal. Warte mal. Ah. Oh Gott. Oh nein. Nein. Ey. Ey, nein. Jawohl. Oh, wir haben ihn, glaube ich. Lebt er noch? Nein, er lebt nicht mehr. Er lebt nicht mehr. Oder? Hat ihn Nexel bekommen. Ich sehe noch keinen Kill. Er wird mir noch nicht angezeigt. Er wird hier noch nirgendwo angezeigt. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay. Warte mal. Warte mal. Was machen wir jetzt? Ist er tot? Ich sehe, weißt du, er war ja irgendwie immer noch da. So, und jetzt gucken wir mal. In der Mitte. Ja, also der Weg wurde auch nicht. Die waren noch zu zweit. Da muss doch noch einer leben. Wo sind die denn hin? Einer hatte vorhin die Brücke gebaut. Oder war das der, war er alleine irgendwie in dem Team? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Alter, die haben eine Full-Dia-Rüstung. Die haben eine Full-Dia-Rüstung. Oh nein. Ey. Oh nee, Leute. Die haben schon, ah ja, naja, wir haben im Notfall eine Ender-Perle. Ey, nein. Aber auf jeden Fall. Warte mal. Ey, komm, wollen wir uns auf den, ja hier. Nimm die Blöcke. Nimm sie einfach. Nimm sie, nimm sie, Nimm sie, Nächse. Kein Ding. Erdhütchen. Wir haben eine Hütchen hier oben. Wir haben eine Hütchen. Ein schönes, schönes Hütchen. Wisst ihr wo? Wo bist du nur? Wisst ihr wo? Wir haben Chicken. Und davon träumst du noch nur. Wisst ihr wo? Wisst ihr wo? Ach ja. So. Oh, 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 oh. Oh. Er geht weg. Nein, was mache ich denn? Ich habe die Ender-Perle daneben geworfen. Meine Güte, war das doof. War das doof von mir. War das doof. Ich habe noch dieses, was doof ist von mir erlebt. Apple G. Oh yeah. Da hat er jetzt Angst, ne? Da bekommt er, glaube ich, richtig Angst da vorne. Sag nicht, er hat eine Ender-Perle. Und die wirft er natürlich auch. Fällt er runter? Er fällt runter. Er ist genauso der Ender-Perlen-Werfer wie wir. Ach, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Er ist tot. Wir haben ihn bekommen. Yes. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, Leute. Ach ja, Leute. Das gibt es doch nicht. Mann. Okay, wir haben ihn also so gesehen doch bekommen. Moment mal. Haben wir noch... Haben wir noch... Ah, Mist. Warte mal. Da ist keine... Ich suche Erfahrungsfläschchen. Finde ich jetzt... Ah, warte mal. Lava nehme ich mit? Hm. Hm, hm, hm. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir hier so... Da vorne, da vorne gehen wir hin. Da bauen wir den Weg einfach mal weiter. Kommt er mit? Jo. Schnell da vorne hin. So. Zack, 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 zack. Alter Falter. Leute, wir holen uns jetzt den nächsten Trick. Wir haben... Wir haben zwar noch keinen im Scoreboard. Was machen die da oben? Das ist... Die erinnern mich, so die Klospül-Taktik. Auch wenn es damit wenig zu tun hatte. Wer kennt die noch, Leute? Wer kennt noch die gute alte Klospül-Taktik? Die Mr. Mo und ich uns ausgedacht haben. Ich habe richtig Angst, dass er gleich runtergesprungen kommt. Oh, nee, Leute. Rüber da! Oh, Gott! Ich lebe noch, aber irgendwie ist anscheinend... Nee, unser... Nächste lebt noch, oder? Nächste lebt noch! Lol, wir beide... Da freut er sich auch. Wir beide sind hier unzertrennlich. Alter! Puh! Da bin ich genau in dem Moment gesprungen, wo der eine runtergesprungen ist. Nein! Er baut sich hoch. Aber das Schöne ist, wir können... Wir können einfach mit einer Spitzhacke hier die Blöcke abbauen und dann fallen noch die Ambosser alle runter. Oh, da ist er gestorben! Er ist gestorben! Nice! Nice! Aber das ist auch keine gute Taktik, sich mit Ambossen hochbauen. Wie gesagt, wenn man hier einen abbaut, dann fällt man ja direkt runter. So! Oder der... Ich glaube, er ist da oben irgendwie raufgesprungen, der Gegner. Sodele! 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 Wir sollten jetzt erst einmal schauen. Wartet mal! Wo haben wir... Hm... Kompass, Kompass, Kompass. Hier, ein Kompass. Schnell da hin. Da sind sie. Der letzte Gegner. Wir haben nur noch einen vor uns. Jawohl. Ich baue mich wieder rüber. Das ist so ein wenig hier meine Aufgabe. Und dann haben wir es auch gleich. Dann haben wir es auch gleich. Hoffentlich. Hat sie eine Enderperle? Oh, oh. La, la, la. Okay, ich bin schon mal drüben. Nice. Das war... Ja, das war ein sehr guter Treffer. Jetzt müssen wir nur noch mal hier rauf gehen. Und dann gehört uns der Sieg. GG! Läuft! Ich habe ja gesagt, zusammen als Team ist man stark. Man muss sich nur verstehen. Nice. Ja, Leute. Das waren zwei Runden Skywars. Ich hoffe mal, sie haben euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ansonsten... Klar. Ups. Äh. Caps Lock. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage, haut rein und tschö mit Ö.